Herzlich willkommen, ich bin Sonja Czeriani von der Schäppig-Rundstücke. Ich freue mich, Ihnen heute ein ganz besonderes Projekt zu präsentieren. Und zwar entsteht hier auf Juli dieses Jahr an der Narzissenstrasse, nur 10 Minuten vom HB und vom Zentral entfernt, 9 exklusiv für neue Mietwohnungen. Im Inneren halten sich die Wohnungen durch eine Farbeakzentuierung ab. Das gibt eine ganz besonders elegante Optik. Ein weiteres Merkmal, das mir persönlich besonders gefällt, sind die Erker auf der nordwestlichen Seite und auch die Cheminé auf der östlichen Seite des Hosen. Ein besonderes Highlight ist die 3,5 Zimmer Attica-Wohnung mit zwei grosszügigen Terrassen und eine sensationelle Aussicht über Zürich bis in die Alpen. Ein weiteres Das ist die 5-Gunst-Kritte. Und zwar die Schlage-Haus-Wohnung mit zwei vielfältig. Bis zum nächsten Mal. Und zwar die Nummer und Jerry-Haus-Wohnung. Und zwar die Zürich-Haus-Wohnung mit zwei colorten. Und zwar die Säge-Haus-Wohnung. Vielen Dank.